Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum die teuerste Briefmarke der Welt wahrscheinlich nicht mal eine Briefmarke ist und welche hinterhältige Militäraktion mit dem Codewort Großmuttergestorben eingeleitet wurde, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Hier sind wir wieder, es ist ein Freitag und es gibt eine neue Folge der WIG-Spedition. In unserer Hauptstelle begrüßt euch so wie jede Woche der Chris. Hallo ihr da draußen und in der Nebenstelle im schönen Osnabrück sitzt vor euch der Jan. Einen wunderschönen guten Tag. Beim letzten Mal durfte ich euch einiges Spannendes über Ada Loveless, die erste Programmiererin oder wahrscheinlich erste Programmiererin der Geschichte erzählen und von dort ist der Chris über die Links Frederico Luigi Menabrea und die Briefmarke zu seinem heutigen Thema gekommen. Und los geht's. Jawohl, ich bin tatsächlich auch von der Briefmarke gar nicht mehr so viel weiter gekommen. Ich hab da nur noch ein Wort hintendran im Grunde, denn heute geht es um Briefmarkenfälschung. Briefmarkenfälschung ist, wie man sich das schon auch so denken könnte, das Nachahmen von Briefmarken mit betrügerischer Absicht. Und natürlich ist das Fälschen von Postwertzeichen auch gesetzlich verboten, damit eine Straftat. Aber was ich gar nicht so sehr wusste, was mir nicht so bewusst war, war, dass es drei wirklich verschiedene Arten von Briefmarkenfälschungen gibt. Nämlich zum einen die Fälschung zum Schaden der Post, dann die Spionage- und Propagandafälschungen und dann die Fälschung zum Schaden der Sammler. Also sprich, gerade die Fälschung zum Schaden der Post oder zum Schaden der Sammler, das hat für mich so Sinn ergeben. Entweder probiere ich Porto zu sparen oder ich versuche halt eine Sammelmarke jemandem unterzuschieben, der die sammelt. Aber gerade diese Spionage- und Propagandafälschungen sind nochmal eine ganz interessante Geschichte. Aber dass die Fälschungen illegal sind, das ist ja eigentlich schon relativ logisch. Ich meine, so eine Postwertmarke ist ein direkter Gegenwert in Geld und ist dementsprechend zwar vielleicht mit einem kleineren Wert, aber eigentlich schon zu vergleichen mit einem Geldschein. Es ist in Papierform, zwar ist es keine direkte Geldform, aber es hat direkt einen Gegenwert in der entsprechenden Währung. Ja, im Grunde schon. Das ist dann immer so die Frage bei zum Beispiel entwerteten Marken. In dem Moment sind sie ja kein Zahlungsmittel mehr, beziehungsweise können nicht mehr dafür genutzt werden, haben aber trotzdem dann den Sammlerwert. Stimmt. Da kommst du dann auch in ganz andere Richtungen. Aber das werden wir uns gleich alles mal in Ruhe anschauen. Fangen aber wirklich mal mit der einfachsten Variante an, so die naheliegendste Fälschung zum Schaden der Post. Das ganze Ding, diese Fälschungen sind im Grunde fast so alt wie die Briefmarke selbst. Die erste Briefmarke gab es in Großbritannien und es ist am 1.5.1840 eingeführt worden und schon wenige Tage wahrscheinlich danach gab es die erste Briefmarkenfälschung. Denn man muss dazu sagen, dass damals halt dieser, der Wert der Briefmarke auch noch relativ hoch war. Es war so nicht so wie heute, wo ein einzelner Brief eben unter einem Euro kostet letztendlich, sondern das war halt schon eine relativ teure Geschichte, Briefe befördern zu lassen, denn es wird ja erst in der Summe wirklich günstig. Was kann man da fälschen? Wie kann man das fälschen? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, denn zum einen, klar, die Ganzfälschung, das ist das erste, was einem so einfallen würde. Ich weiß, wie die Briefmarke aussieht, die ist so und so gedruckt. Ich versuche mir eine Druckmatrize zu bauen, die möglichst identisch aussieht, ähnlich aussehende Farbe, möglichst auch identisch und so weiter und drucke die ganz neu. Es gibt aber auch die Teilfälschung. Bei der Teilfälschung hast du es so, dass du entweder bestehende Marken nimmst und diese in ihrem Wert veränderst. Aha. Nämlich, das ist so, es gab ja gerade bei historischen Marken das Ding, dass ganz häufig immer dasselbe Markenmotiv drauf ist und nur Farbe und Zahl verändern sich. So und diese Farbe und auch die Wertziffer konnte man gegebenenfalls auch ändern. Da waren so Sachen dabei, dass man halt, was ich, durch bestimmte Säuren gerade den Rotton in Richtung Gelb drücken konnte und so weiter, womit man halt die Marke aufwerten konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso gibt es aber auch die Wiederverwendung gebrauchter Marken. Und das Ganze funktioniert so, dass wenn du eine Briefmarke, gerade so traditionell, wo noch mit dem Hammer gestempelt wurde, auf dem Brief hast, dass die nie an derselben Stelle unbedingt abgestempelt wird, sondern du gerade auch durch ein bisschen verschieben, wo du sie aufklebst, dahin kommen kannst, dass du zum Beispiel Marken hast, die oben links abgestempelt sind und Marken hast, die unten rechts abgestempelt sind. Und wenn du jetzt sehr geschickt bist und dir sehr viel Mühe gibst, kannst du aus diesen zwei Marken eine neue machen. Das ist halt sehr mühsam und lohnt sich halt wirklich nur in den seltensten Fällen. Das ist so ein Ding, das wurde aber gemacht, auf jeden Fall, gar keine Frage, aber halt natürlich nicht so häufig wie eine Ganzfälschung oder eine Teilfälschung. Heute ist es so, dass kaum noch Briefmarken gefälscht werden. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass zum einen halt rein das Volumen an Postsendungen nicht mehr so groß ist und zum anderen, dass die Marken natürlich heute hoch gesichert sind, weil du heutzutage einfach sehr günstig Sicherheitsmerkmale mit in eine Briefmarke einbringen kannst, weil du Spezialpapiere hast, weil du fluoreszierende Streifen mit drin haben kannst und so weiter. Ja, und von daher heute gibt es das zum Schaden der Post halt kaum noch. Und das andere ist, was es auch schwer macht, das irgendwo lukrativ hinzubekommen, ist, dass die Post, die das Vertriebsmonopol hat, dementsprechend ist es sauschwer, Briefmarken überhaupt in den Umlauf zu bringen, die gefälscht sind. Das ist halt einfach so, du kannst sie nur bei offiziellen Stellen kaufen. In anderen Ländern, ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch früher als Kind aus dem Urlaub kennst, dass zum Beispiel, was weiß ich, in Spanien früher Briefmarken auch da verkauft wurden, wo du deine Postkarten kaufen konntest. Ja, da war es natürlich noch eine andere Sache, da war es noch relativ einfach halt, Fälschungen unter das Volk zu bringen. So, aber wie gesagt, das ist heute alles so ein Ding, das gar nicht mehr so häufig vorkommt. Allerdings gibt es noch gute Fälschungen aus dem asiatischen Bereich. Ja, und diese Fälschungen gehen so weit, dass sie nicht nur die Briefmarken an sich, sondern auch die komplette Verpackung der Briefmarken, die Art und Weise, wie die auf Rolle sind oder auf Bögen sind, mit dem Siegel drumherum einzillofaniert, ganze Blöcke halt letztendlich fälschen. Oh. Ja, und diese dann halt in Firmenbereichen in den Umlauf bringen. Und diese Fälschungen sind so gut, dass sie Endkunden eigentlich gar nicht mehr auffallen können, weil du einfach da nicht hingehst und noch mit UV-Licht oder ähnlichem rangehst im Normalfall. Und selbst davon auch schon etliche bei der Post durchgelaufen sind und durch die automatische Prüfung gegangen sind, weil sie einfach perfekt gefälscht sind. Wow. Ja, es gibt aber auch Fälschungen zum Schaden der Post, die keinen kommerziellen Hintergrund haben. Denn letztendlich ist es so, klar, du kannst versuchen, Geld damit zu verdienen. Du kannst die Post aber auf eine andere Art und Weise schädigen. Und das ist in den 70ern zum Beispiel mal passiert. Der Ausgangspunkt dafür war eine Marke zum 150. Geburtstag von Friedrich Engels. Diese Marke brachte einige Menschen, die der DKP nahestanden, auf eine Idee. Und zwar haben sie beschlossen, wir machen eine Marke zum 100. Geburtstag Lenins. So, das haben sie dann tatsächlich auch umgesetzt und das auch sehr professionell gemacht, das ganze Ding. Denn sie haben sich einen Banknotenfälscher besorgt, der ihnen die Druckmatrize gebaut hat und haben dann letztendlich in der DKP-Druckerei in Frankfurt diese Marken hergestellt. Und diese Marken waren so perfekt, so ideal, dass keiner irgendwo drauf gekommen ist. Sie wurden, sämtliche Besendungen, die damit verschickt wurden, wurden problemlos befördert und kamen auch an. Letztendlich wurden die Täter dann natürlich gefasst, weil es auch recht naheliegend war und weil die es auch nicht wirklich hinterm Berg gehalten haben. Aber es ist auch fraglich, ob die überhaupt versucht haben, das jetzt zum Schaden der Post in Umlauf zu bringen. Da haben sie wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht, dass sie die Post dabei gerade betrügen. Jedenfalls wurden sie natürlich gefasst und zu 12.000 D-Mark Strafe damals verurteilt. Lustig an der ganzen Marke ist, und deswegen ist sie heute auch so ein besonderes Sammlerstück, das Geburtsdatum von Lenin auf der Marke ist falsch. Und lass mich raten, diese Briefmarken, diese gefälschte Marke ist wahrscheinlich heute in Sammlerkreisen auch begehrt und ordentlich was wert. Kannst du fest von ausgehen. Denn auf jeden Fall, das ist ein Ding, das ist richtig spannend für einen Sammler, so ein Ding. Weil da geht es ja eh dann um ganz andere Sachen. Da geht es ja nicht wirklich darum, dass sie ein schönes Motiv hat, sondern es geht um Seltenheit, es geht um eine Geschichte dahinter. Klar ist das ein Ding, was man gerne dabei hat. Und genauso wie diese gibt es noch etliche andere berühmte Fälschungsserien, die bei Sammlern heute richtig gefragt sind. Und ganz häufig ist es dann auch so, dass die gefälschten Marken ein Vielfaches von Originalmarken wert sind. Noch viel besser ist, wenn du dann schon so eine gefälschte Marke hast, die Königsdisziplin ist dann, eine gefälschte Marke zu haben, die einen Postlaufstempel hat. Wo du dann wirklich siehst, dass die Fälschung funktioniert hat. Das ist dann das, was am allermeisten wert ist. Ah, das heißt ja, die echte Briefmarke ist ohne Stempel wertvoller und die Fälschung mit sehr schön. Auch das nicht unbedingt. Auch da gibt es Sachen, es gibt Briefmarken, wo halt wieder die Gelaufene wertvoller ist als die Ungelaufene. Okay. Aber aus verschiedensten Gründen. Das ist aber zum Beispiel gerade bei Fehldrucken. Wenn Fehldrucke dann noch durch das Postsystem gegangen sind, können sie häufig auch noch viel mehr wert sein. Okay. Heutzutage umfassen die Maßnahmen, mit denen Briefmarken geschützt werden, eigentlich ganz ähnliche wie beim Scheingeld. Es gibt Wasserzeichen, es gibt farbiges Papier, es gibt Faser im Papier, also sprich, dass man auch organische Faser mit einwebt oder mit einarbeitet. Es gibt Lackstreifen und es gibt Seidenfäden. Dazu gibt es noch unsichtbare Geheimzeichen wie Unterdrucke oder Geheimzeichen, die im Motiv versteckt sind. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Aber eigentlich auch so, wenn man heutzutage mal so auf die Briefsendungen schaut, die man bei sich zu Hause so empfängt. Meistens hast du ja nicht mehr eine richtige Briefmarke im klassischen Sinne drauf, sondern nur letztendlich irgendwie ein Code, wo die Frankierung im Grunde dann auch komplett individuell ist. Ja, weil du kannst ja von der Post dir eine Frankiermaschine als Unternehmen, ich weiß nicht, ob das dann Leasen ist oder sonst irgendwas oder ob du die kaufst und dann kannst du von der Post irgendetwas kriegen, um die für so und so viele Sendungen praktisch freizuschalten. Oder die Post kann das auslesen und berechnet das dann danach, aber du kannst deine Briefe einfach direkt drauf frankieren lassen, weil du ja vielleicht tausende von Sendungen am Tag hast. Und das ist für jeden Menschen wert, das ist ein fürchterlicher Job, derjenige zu sein, der für die tausenden von Sendungen irgendwo sitzt und die Briefmarke anlenken darf. Ja gut, ich meine, heute sind eh eigentlich fast alle Briefmarken selbstklebend. Aber zu der Sache mit dem Selbstdruck, du bist sogar schon so weit, ich habe hier einen kleinen Etikettendrucker neben mir stehen, ich kann meine Briefmarken auch bei mir zu Hause drucken, weil du mittlerweile wirklich individuelle Briefmarken einzeln runterlädst. Eben dadurch, dass die jetzt alle kodiert sind und sie einfach auf einem Etikettendrucker ausdrucken kannst. Also das ist, die Zeiten der klassischen Briefmarke sind einfach wirklich vorüber. Gut, ich habe euch versprochen, wir kommen zu dem Punkt, wo ich echt so gar nichts von wusste, nämlich die Kriegspost- und Propagandafälschungen. Diese Briefmarkenfälschungen entstehen dann, wenn kriegsführende Staaten versuchen, den Feind zu schädigen mittels solcher Fälschungen. Und dabei wird bei Kriegspost-Fälschungen in der Regel versucht, gegnerische Freimarken möglichst perfekt zu fälschen. Jetzt fragt man sich, warum, was haben die davon, dass sie gegnerische Briefmarken haben? Das ist relativ einfach zu beantworten. Mit diesen Briefmarken bist du in der Lage, Propagandamaterial durch die feindliche Post zustellen zu lassen. Das heißt, du druckst die, du hast Mittelmänner, Mittelsmänner, die halt in der feindlichen Zone agieren können. Du gibst den Briefmarken mit und die schieben es mit ins Postsystem und plötzlich kannst du halt eben Einzelpersonen mit Propagandamaterial beschicken. Und dann gibt es weitere noch Propagandafälschungen. Diese Propagandafälschungen im Gegensatz zu den Kriegspost-Fälschungen sind nicht die Versuche, eine Marke perfekt zu reproduzieren, sondern die Beschriftung oder das Motiv der Marke zu Propagandazwecken zu verändern. Und dazu gibt es ein ganz, ganz berühmtes Beispiel. Das ist das Beispiel Futsches Reich. Futsches Reich? Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Futschen Reich gehört hast. Nee. Ja, das ist eine der bekanntesten amerikanischen Propagandafälschungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das Ganze beginnt damit, dass du als Vorlage die Zwölfreichspfennig-Marke nimmst. Das ist eine kaminrote Marke. Und im Original ist auf dieser Marke Adolf Hitler im Seitenprofil zu sehen. Und an der unteren Kante ist die Schrift Deutsches Reich. Ich habe es gerade aufgerufen, das ist ja unglaublich. So, und die Fälschung sieht auf den ersten Blick erstmal so grob genauso aus. Aber sie haben auf das Hitler-Porträt einen Totenschädel gemalt, wo halt noch Hitlers Frisur und Bart übrig bleiben. Und am unteren Ende haben sie statt Deutschem Reich Futsches Reich stehen. Wahnsinn. So, und diese Marke gibt es bemerkenswerterweise nicht in gestempelt. Sie ist wohl nie erfolgreich durch die Reichspost gelaufen. Da haben die wohl echt aufgepasst. Das war zu schnell zu erkennen. Das Ding hat nicht funktioniert. Aber es gibt natürlich auch von den Deutschen hergestellte Marken zum Zwecke der Propaganda. Und da gibt es zum Beispiel gegen Großbritannien eine Fälschung. Da ist der Ausgangspunkt die Dauermarkenserie von 1937. Und darauf ist das Porträt von König Georg VI. zu sehen. Diese Marke ist auch auf den zweiten Blick erstmal nicht vom Original zu unterscheiden. Und wurde deshalb auch ziemlich häufig von der britischen Post befördert. Wenn man aber genau hinguckt, dann kann man folgende Sachen darauf erkennen. Das Penny-Zeichen wurde ganz geschickt durch Hammer und Sichel ersetzt. Das ist kein P mehr, sondern das ist ein Hammer und Sichel, der auf den ersten Blick noch aussieht vielleicht wie ein D. Die Kreuze an der Krone wurden durch David-Sterne ersetzt. Genauso die einzelnen Elemente oben in der Distel sind verändert. Und in der Mitte der Rose in der rechten Ecke befindet sich ebenfalls ein David-Stern. Insgesamt wurden von dieser Marke sechs Werte gefälscht. Und darüber hinaus gibt es Exemplare mit zusätzlichem Propaganda-Aufdruck. Das heißt, die sind dann quasi auch schon wie Post gestempelt drauf. Das heißt, auf dieser Marke ist nochmal ein Stempel, ein sogenannter Pseudostempel. Und davon gibt es 32 bekannte Motive von diesen Pseudostempeln. Einfach drei Beispiele. Zum Beispiel Hammer und Sichel und dazwischenstehend World Bolshevism. Dann Hammer und Sichel, World Slavery oder David-Sternet, World Judaism. Also ich sehe gerade eine davon vor mir. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Mir war das wirklich auch, bevor ich diese Recherche angefangen habe, überhaupt nicht bewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, da gibt es auch wirklich zahlloseste weitere Fälschungen verschiedenster Player im Zweiten Weltkrieg. Das war im Zweiten Weltkrieg eine richtig große Sache. Und ich kann euch da echt empfehlen, einfach mal Briefmarkenfälschungen in der Wikipedia einzugeben. Da könnt ihr wirklich euch ein Stündchen mit auseinandersetzen mit den ganzen verschiedenen Fälschungen. Das ist hochinteressant. Es gibt auch noch eine Sonderform zu dieser Propagandafälschung, nämlich die Fälschung von Postkarten mit eingedruckten Postwertzeichen. Das heißt, du nimmst nicht eine einzelne Marke nur, sondern du nimmst eine komplette Postkarte. Und das ist zum Beispiel von den Russen so gemacht worden. Die haben gar keine Briefmarken gefälscht, sondern nur diese Postkarten gemacht. Und davon gibt es auch eine ganz berühmte. Die hat den Titel des Führers Weihnachtsbescherung, Lebensraum im Osten. Sie hat ein Motiv da drauf. Und zwar sieht man dort drauf Kreuze von erfrorenen deutschen Soldaten mit Krähen. Und da hinten drauf auf der Karte ist auch ein aufgedruckter deutscher Text. Und den lese ich jetzt einfach mal komplett vor. Das ist der Lebensraum, den die deutschen Soldaten an der Ostfront gefunden haben. Zwei Meter unter der Erde und ein Birkenkranz auf der Erde. Fern von der Heimat. Gestorben, verdorben. Wie ein Leichentuch, erhüllt die Schneedecke die Gefallenen. Der Wind pfeift, die Krähen krächzen. Krr, Betrug, Betrug. Ja, das steht dort so. Hitler hat euch betrogen, deutsche Soldaten. Er hat euch die Einnahme von Moskau versprochen, hat euch aber Tod und Verkrüpplung beschert. Am Weihnachtsabend beweinen die deutschen Frauen Hitlers Opfer. Ihr aber, die ihr am Leben seid, macht Schluss mit Hitler, macht Schluss mit dem Krieg. Natürlich ist Briefmarkenfälschung zu diesen Zwecken nicht nur im Zweiten Weltkrieg gelaufen, sondern es gab auch im Kalten Krieg Briefmarkenfälschung. Und dort ein Beispiel. Eine militante antikommunistische Gruppe namens Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit oder auch kurz KGU hat bei sechs Werten einer DDR-Serie mit dem Titel Fünfjahresplan diverse Änderungen an den Texten vorgenommen. Da gibt es dann zum Beispiel statt Deutsche Demokratische Republik undeutsche undemokratische Diktatur oder den Zusatz langsam, erarbeite langsam in der undeutschen undemokratischen Diktatur. Oder zum Beispiel gab es auch eine, wo das Kurhaus Bad Elster drauf war, wo sie Kurhaus Bad Elster als Text verändert haben in Elster, Bad der Werkbonzen. Soviel zu den Propaganda und Kriegsmarken. Jetzt kommen wir zu dem Ding, wo wahrscheinlich am meisten Geld verdient wird, nämlich die Fälschung zum Schaden der Sammler. Klar, grundsätzlich, das erklärt sich auch selber, es geht hier darum, Fälschungen anzufertigen, um Marken zu erzeugen, die einen hohen Sammlerwert haben. Und gerade in Bezug auf die Propagandamarken, die wir gerade hatten, gibt es natürlich auch ärgerliche Fälschungen dieser Fälschungen, also wo Propagandamarken nochmal reproduziert worden ist. Und da ist es auch so, genauso wie das eigentliche Fälschen moderner Briefmarken fast nicht mehr möglich ist aufgrund der modernen Technik, ist es beim Fälschen genau gegenteilig. Je mehr Technik du erhältst, desto einfacher ist es, Marken zu machen, die nur sehr, sehr schwer zu unterscheiden sind. So, und bei diesen Fälschungen zum Schaden von Sammlern gibt es auch wieder Unterrubriken. Und die erste davon sind sogenannte Schwindelausgaben. Schwindelausgaben sind Briefmarken von Ländern, die es entweder gar nicht gibt oder die nie Briefmarken gedruckt haben. Das ist auch ganz interessant, denn dort gibt es auch eine wirklich hier absolut wahnwitzige Geschichte, nämlich die Marken der Republik Maluku Selatan. Maluku Selatan gab es tatsächlich für fünf Jahre, aber es gab nie Briefmarken in Maluku Selatan. Und wie diese Briefmarken in die Welt gekommen sind, ist wirklich irre. Nämlich das Ganze geschah mit Hilfe des New Yorker Briefmarkenhändlers Henry Stolo. Dieser gab bei der österreichischen Staatsdruckerei über 100 verschiedene Markenmotive dieser Republik Maluku Selatan in Auftrag, ohne eine Berechtigung dazu zu haben. Ein Peter Dörling schreibt 1991 zu dem Thema, So tauchten 1954 bei der Wiener Staatsdruckerei ein paar Herren auf, darunter ein deutscher Briefmarkenhändler, die Marken für die neue Republik Maluku Selatan gedruckt haben wollten. Diese Republik war tatsächlich auf den indonesischen Molukeninseln Ambon und Seram ausgerufen worden, deren christliche Einwohner nicht mehr zur Islamischen Republik Indonesien gehören wollten. Die Republik bestand nur kurz. Kriegsschiffe beschossen Ambuina, viele Einwohner flüchteten in den Niederlande. Für die Spekulanten war das natürlich nur ein Vorwand, denn sie ließen ca. 150 Markenausgaben drucken, darunter schöne Tier- und Pflanzenmotive und sogar eine UNO-Serie. Alles reine Fantasieprodukte und ohne filatilistischen Wert. Aber natürlich muss man auch sagen, einerseits haben sie keinen Wert, andererseits ist das wieder so ein Ding von, wenn du Briefmarken sammelst, ist da glaube ich auch ein gewisser Spaßfaktor dabei, berühmte Fälschungen zu besitzen. Also mal die ein oder andere zu haben, wo man einfach sagt, von ja, das ist wirklich ein rahes Stück, das hat auch wieder Geschichte, da kann man auch Geschichten zu erzählen. Eine weitere Fälschungsart zum Schaden von Sammlern ist die Teilfälschung. Bei einer Teilfälschung ist es so, dass Merkmale der Marken zur Wertsteigerung nachträglich verändert oder herbeigeführt werden. Das ist ganz ähnlich, wie wir das ja auch schon ganz am Anfang bei der ersten Rubrik hatten, dass man zum Beispiel die Werte oder die Farben verändert. Es kann aber auch gerade bei den Sammelmarken darum gehen, Marken zu reparieren, denn bestätigte Marken sind natürlich erheblich weniger wert, Aufdruckfälschungen zu machen, also sprich, dass zum Beispiel der Stempel verändert wird. Oder dass Veränderungen gemacht werden, die aus der Standardmarke einen Fehldruck machen. Denn Fehldrucke sind grundsätzlich mehr wert und es gibt viele Marken, bei denen es berühmte Fehldrucke gibt und häufig ist es möglich, wenn man als Basis die bestehende Marke nimmt, die richtig gedruckt ist, dass es dann einfacher ist, sie zu reproduzieren, weil du zumindest schon mal die richtige Zahnung und das richtige Papier hast. Weitere Fälschungsmöglichkeiten sind Nachdruckfälschungen. Das heißt einfach, ja, du nimmst die Marke, du machst eine neue Druckvorlage, du besorgst dir das passende Papier und reproduzierst die Marke vollständig. Vollständig. Perfide bei dieser Methode ist, dass dort auch Prüfstempel häufig dann gleich mit reproduziert werden. Denn es ist so, du kannst bei einem offiziellen Briefmarkenprüfer deine Marke bestätigen lassen und es ist dann üblich, dass dieser Prüfer auf der Rückseite der Marke einen Stempel hinterlässt. Und das war bis vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren noch fast eine Garantie dafür, dass eine Marke echt war, wenn so ein Stempel drauf war. Und heutzutage ist es halt schon leider sehr Usus geworden, dass diese Stempel gleich mitgefälscht werden und dementsprechend die Preise für die Fälschung gleich nochmal raufgehen, weil die Fälschung ja eine bestätigte, echte Marke ist. Also sehr, sehr komplizierter und verwobener Zusammenhang. Ein weiteres wundervolles Rubrikchen innerhalb der Fälschungen zum Schaden der Sammler sind die sogenannten Machwerke. Bei Machwerken handelt es sich darum, dass du sagst, ich habe hier eine bisher vollständig unbekannte Rarität aufgetrieben und die bringe ich jetzt auf den Markt. Das kann natürlich zum einen wirklich das Ding sein, dass du sagst, alles klar, ich habe hier den Fehldruck, den noch nie einer gesehen hat. Denn Fehldruck ist eine Geschichte, das kann immer noch sein, dass Sachen auftauchen, weil Fehldrucke ja meistens recht schnell bemerkt worden sind, dann wurde das Ganze zurückgeholt und es sind dann vielleicht nur sehr, sehr wenige rausgekommen und tatsächlich wirklich durch Zufall, meinetwegen auf einer alten Postkarte, die ihn auf irgendeinem Speicher gelegen hat, gefunden worden. Es gibt aber auch Machwerke, die von vornherein gar nicht dafür gemacht worden sind, wirklich jemanden zu schädigen, aber trotzdem Fantasieprodukte sind, die hinterher dann noch zusammen erstücken wurden. Auch dazu habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Und das Ganze beginnt damit, dass auf der Titelseite eines Buches eine Briefmarke mit Hitlerkopf und der Aufschrift Postage Revenue, die auf allen britischen Marken zu finden ist, zu sehen ist. Diese Marke gab es aber so in der Form natürlich nicht. Und die Marketingabteilung des Verlages hat sich dazu überlegt, das wäre eigentlich doch eine super coole Idee, dass wir zur Vorstellung des Buches ein Briefmarkenheftchen herausbringen, wo diese angeblichen britischen Hitlermarken drin sind. Und haben dann wirklich Heftchen gemacht, wo du auch drei Werte drin hattest von diesen Dingern. Und hattest dann diese drei Werte in den drei Farben und hattest jeweils sechs Stück davon. Also hast 18 von diesen gefälschten Briefmarken in den Briefchen gehabt. Und die britische Post hat das dann mitbekommen, hat dann ganz schnell versucht, sämtliche von diesen Briefmarkenheftchen wieder einzusammeln. Denn für die war es einfach nur ein Betrugsversuch. Und die übrig gebliebenen Heftchen wurden so dann natürlich total schnell gesuchte Raritäten. Und in England wurde zum Beispiel für so ein Heftchen dann auf Auktionen bis zu 300 britische Pfund bezahlt. Und in Deutschland ist dann nochmal 1998 eins dieser Heftchen aufgetaucht und verkauft worden für 1250 D-Mark. Und weil das ein so legendäres und rares Sammlerstück war, gab es davon auch ganz schnell Fälschungen von dieser Fälschung. Also Nachdrucke des Nachdrucks oder des Raubdrucks. Und interessanterweise sind diese Fälschungen heute auch schon mehrere hundert Dollar wert. Also ganz, ganz spannend, wie das so funktionieren kann. Gut, das waren jetzt so die drei Rubriken von Briefmarkenfälschung. Ich habe aber auch noch ein paar bekannte Fälscher mal rausgesucht, um so ein bisschen zu erzählen, was es da so gab. Und zwar fange ich da mal an mit dem Herrn François Fournier. Der lebte von 1846 bis 1917. Der hat 1892 eine Firma zur Briefmarkenfälschung gegründet. In Frankreich, ja. Er nannte das dann Faximile statt Briefmarkenfälschung. Aber es ging wirklich von vornherein bei dieser Firma darum, Briefmarkenfälschungen herzustellen. Und es gibt von ihm Qualitäten, die von Sammlern als dilettantisch bezeichnet werden. Und vom selben Fälscher auch welche, die als nahezu perfekt dargestellt werden. Und er hat das Ganze so gemacht, dass er gesagt hat, das sind Reproduktionen. Die sind für den Sammler da, der diese Originale nicht bekommen kann. Das sind gar keine Fälschungen, beziehungsweise ist es niemals für Betrug halt letztendlich gemacht worden. Und er hat dann sogar von 1910 bis 1914 eine Zeitschrift herausgebracht, in der er diese Marken vorstellte. Mit Preisliste und allem drum und dran. Und nach eigenen Angaben hatte er über 20.000 Stammkunden, die er beliefert hat. Und bis heute geht man davon aus, dass dieser François Fournier tatsächlich niemals versucht hat, mit seinen Marken zu betrügen. Sondern wirklich einfach versucht hat, diese Marken für Sammler zur Verfügung zu stellen. Ganz ähnlich gibt es dort einen weiteren Felder, nämlich den Jean de Sperati, der von 1884 bis 1957 gelebt hat. Bei dem ist das Ganze ein bisschen anders gelaufen. Also er hat erstmal als Beruf Drucker und Graveur gelernt. Und hat dann im Grunde mehr oder weniger aus Interesse angefangen zu versuchen, ob er solche Briefmarkenstempel vernünftig, also die Herstellungsstempel vernünftig selber gravieren kann. Und er war so gut, dann recht schnell, dass auch Briefmarkenprüfer aus seiner Zeit ihm häufiger seine Marken als echt attestiert haben. Also der muss echt ein wirklich wahnsinnig gutes Auge gehabt haben und sehr gut mit dem Gravierstichel gewesen sein. Und aufgrund dieser herausragenden Fähigkeiten, die er sich dort in dem Feld erworben hat, denn er hat nicht nur das Drucken perfekt hingekriegt, sondern er hat dann auch die Papierherstellung gelernt und hat die Papiere entsprechend reproduzieren können, auf denen er gedruckt hat. Und man nannte ihn den Rubens der Philatelie. So, und dieser Jean Desperatis wurde 1948 wegen Fälschung angeklagt. Und zwar deshalb, weil er seine Reproduktionen nicht als Fälschung markiert hatte. Er hat wiederum auch die Marken ganz offen angeboten. Er hat die auch zu einem festen Preis angeboten und sein Preis war ungefähr ein Prozent des Marktwerts des Originals. Das heißt für ihn, von seiner Logik her war es das Ding, er hat darüber geschrieben, dass es Reproduktionen sind. Und er hat nicht auf die Reproduktion Reproduktion geschrieben, weil sie dann nicht mehr perfekt reproduziert gewesen wäre. Nichtsdestotrotz wurde er dann von einer Pariser Strafkammer zu einem Jahr Gefängnis 10.000 Fr. Geldstrafe und einer Sühneleistung von 300.000 Fr. verurteilt. Er musste dann letztendlich nicht mehr ins Gefängnis, weil er 64 Jahre alt war, sich vorher nie hatte was zu Schulden kommen lassen und deswegen diese Gefängnisstrafe ihm erlassen wurde. Er hat das Ganze aber wirklich persönlich genommen, hat sämtliche Materialien und Produkte verkauft und hat nie wieder eine Reproduktion in seinem Leben hergestellt. Weil er auch nochmal unterstreichen wollte, dass er nie vorhatte, irgendwas zu fälschen, aber letztendlich es ihm so ausgelegt wurde. Dann habe ich noch einen Fälscher und zwar den 1941 geborenen Peter Winter. Dieser Peter Winter ist auch recht bekannt und der hat auch so eine richtig schöne Fälschergeschichte, weil das fängt schon damit an, dass sein Geburtsdatum nicht wirklich bekannt ist. Man spricht davon, er ist angeblich 1941 geboren, er hat auch angeblich eine Ausbildung zum Opernsänger genossen und auch angeblich hat er in den 80ern eine interdisziplinäre Studie um philosophisch differenzierte Sichtweisen des Sammlerverhaltens von Menschen gemacht. Ah ja, das ist seine Story, denn er gibt an, dass er im Rahmen dieser Studie versucht hat, Raritäten verschiedenster Sammlergebiete zu reproduzieren. Interessanterweise kann man, also auch er, nichts davon beweisen, dass es das jemals gegeben hat, aber es steht fest, dass er wirklich diese Sammler-Devotionalien aus den verschiedensten Sammlerrichtungen hergestellt hat. Insbesondere hat es ihm dabei, hat ihm das dabei angetan, wirklich schwierig zu fälschende Sammlerstücke nochmal wieder herzustellen und hat dafür auch ganz neue Techniken und Vorgehensweisen entwickelt. Bei seinen Briefmarkenfälschungen sind sehr, sehr viele tatsächlich von minderer Qualität und werden in Sammlerkreisen als Scherzartikel gehandelt. Die sind zum Teil halt gut, die sind humoristisch, aber sie sind halt eben nicht als Fälschung richtig gut, sondern einfach nur, weil der Typ wohl auch ein ganz guter Spaßvogel ist oder war. Andere jedoch sind von so hoher Qualität, dass sie ebenfalls von international anerkannten Experten für echt befunden worden sind. Wow. Ein gelungenes Beispiel dabei ist die Kopie einer wirklich legendären Fehldruckmarke, nämlich der sogenannten Inverted Jenny. Die Inverted Jenny ist eine Luftpostmarke, da ist ein Flugzeug drauf und in der ersten Serie davon stand das Flugzeug auf dem Kopf. Deswegen auch Inverted Jenny. Und die hat er halt wohl annähernd perfekt oder für seine Zeit perfekt reproduziert. Oh, ich sehe die Marke gerade. Das ist witzig mit dem Flugzeug auf dem Kopf. In Publikationen aus dem Bereich der Philatelie wurde er als letzter großer Briefmarkenfälscher von internationalem Rang bezeichnet. Auch bei ihm war es so, dass man betrügerische Absichten ihm nie nachgewiesen hat. Denn er hat eine Sache gemacht, die dem Kollegen aus Frankreich, den wir vorher hatten, zum Verhältnis geworden sind oder ist. Denn er markierte seine Marken stets als Reproduktion. Meistens auf der Rückseite, aber er hat halt letztendlich Reproduktion mit draufgeschrieben auf die Marke, weil es ihm dort mehr darum ging, herauszufinden, ob er in der Lage ist, das perfekt zu machen. Und gesagt hat, wenn jemand wirklich eine gute Reproduktion haben möchte, wird er sie auch kaufen, wird er auch einen vernünftigen Preis dafür zahlen. Ich schreibe hinten drauf, dass es eine Reproduktion ist. Allerdings stand er auch sehr schnell in der Kritik, denn dieser Hinweis Reproduktion war natürlich relativ einfach von der Marke zu entfernen. Und somit wurden dann wiederum, nicht direkt von ihm wahrscheinlich, aber zumindest von Leuten, die diese Marken gekauft hatten, damit auch Schindluder getrieben. Irgendwann war der Punkt in seinem Leben angekommen, wo er gesagt hat, ich bin bereit aufzuhören, denn ich werde immer wieder angefeindet. Es gibt immer wieder Gruppen, die behaupten, dass ich hier versuche, in der Philatelie halt zu betrügen und so weiter. Und er hat der American Philatelic Society ein Angebot gemacht. Er bot an, seine kompletten Bestände und alle seine Geräte an die Organisation zu übergeben, wenn diese ihm eine Million Dollar dafür zahlt. Das haben sie natürlich nicht getan. Das wäre zu einfach gewesen. Und so gab es dann über Jahre danach noch in vielen Tauschbörsen und Briefmarkenangeboten diese sogenannten Winterfälschungen. Ich habe mal im Zuge der Recherche mir erlaubt, bei eBay Winterfälschungen einzugeben. Ich habe dabei festgestellt, ja, du kannst tatsächlich auch heute ohne Probleme bei eBay eine Winterfälschung bekommen. Die sind auch gar nicht so teuer. Also die, die ich gesehen habe, waren zwischen 4 und 12 Dollar, beziehungsweise respektive Euro, denn ich habe es im deutschen eBay auch gefunden. Kann man sich auch mal angucken, Winterfälschungen ruhig mal eingeben bei irgendwelchen Kaufbörsen, Tauschbörsen. Die sind zum Teil wirklich ganz witzig gemacht. 1999 machte dieser Peter Winter dann noch einmal auf sich aufmerksam. Ja, denn er behauptete, im Besitz einer extrem seltenen Marke zu sein. Bei dieser Marke handelt es sich um das teuerste philatelistische Sammlerstück der Welt. Okay. Ja, ich habe ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, warum die teuerste Briefmarke der Welt streng genommen eventuell nicht mal eine Briefmarke ist. Denn es wird bis heute darüber gestritten, ob es eine Briefmarke oder ein sogenannter Ganz-Sachen-Ausschnitt ist. Denn in der Frühzeit der Briefmarke waren die noch nicht so auf Blöcken zum Ausreißen, sondern du musstest sie letztendlich ausschneiden und aufkleben. Das war halt im Grunde einfach nur ein Stückchen Papier erst mal. So, und diese hat keine Zinken, keine, keine Zacken, keine Perforationen dran. Sie ist achteckig ausgeschnitten. Und das gute Stück nennt sich British Guayana 1 Cent Magenta. Ja, diese Marke ist ein Unikat. Und diese Marke erbrachte bei Sotheby's in New York am 17. Juni 2014 einen wirklich astronomischen Preis. Was glaubst du, was die Marke den Sammler inklusive Aufgeld, also wirklich komplett gekostet hat? Keine Ahnung, 15 Millionen Dollar. Ja, es ist ein bisschen weniger, aber ich finde trotzdem schon recht beeindruckend. Das sind 9,48 Millionen Dollar. Wahnsinn. Das ist halt ein kleines Stückchen Papier, das achteckig ausgeschnitten ist. Und beim Original ist es sogar so, dass eine Seite abgerissen ist. Die ist komplett verblasst. Die war halt mal richtig Magenta, die ist rosa. Man kann die kaum noch erkennen. Also es gibt nur diese eine, die sie da verkauft haben. Exakt. Und die gehört jetzt ... Und das ist die eine, die der Winter hatte. Nein, nein, nein. Das ist die, von der die Sammlerwelt weiß, dass es sie gibt. Ah, okay. Alles klar. Eben noch Randnotiz. Die ist aktuell im Besitz vom amerikanischen Schuhdesigner Stuart Weitzman. Winter behauptete jetzt 1999, dass er ein zweites Exemplar besäße. Und interessanterweise hatte er sich, bevor er diese Behauptung genau aufgestellt hat, öffentlich, von zwei Experten aus Europa, nämlich Ralf Röder und David Feldmann, attestieren lassen, dass es sich um ein tatsächliches Original handelt. Und spannend dabei ist es, dass diese beiden Experten zwar das als Original befunden haben, er aber vorher schon einmal diese Marke der Royal Philatelic Society in London vorgelegt hatte. Und die wiederum davon überzeugt ist, dass es sich um eine verfälschte Marke handelt. Nämlich es gibt von dieser British Guayana Marke auch eine 4-Cent-Version. Und sie gehen davon aus, dass es sich um eine verfälschte 4-Cent-Marke handelt. Die ist halt wesentlich häufiger da gewesen. Also sprich, wahrscheinlich handelt es sich um halt eine Teilfälschung, dass sie halt verändert worden ist. Aber das steht in den Sternen. Da habe ich nicht weiter was zu finden können, wie es weitergegangen ist. Jedenfalls verkaufen konnte er sie nicht. Dementsprechend hat es zweimal versucht, Millionär zu werden, hat es nicht geschafft. Trotzdem auf jeden Fall ein faszinierendes Hobby, so Briefmarken nachzubasteln. Und ich fand das auch gerade spannend mit dieser British Guayana. Das wusste ich auch nicht, dass es sie gibt. Könnt ihr euch auch angucken. Gibt es auch natürlich einen Wikipedia-Artikel zu, dass man das mal sieht, wie das Ding aussieht. Und das ist echt schon ein ziemlicher Wahnsinn, dafür irgendwie 10 Millionen Dollar auf den Tisch zu legen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jeder möge sammeln, was er möchte. Ganz genau. Und sein Geld anlegen, wie er möchte. Jedenfalls werde ich damit so meinen kleinen Überblick über die Welt der Briefmarkenfälschung an der Stelle dann zum Ende bringen. Und bevor ich dann an Jan weitergebe, kann ich euch schon mal sagen, wie er von Briefmarkenfälschung aus weitergegangen ist in der Wikipedia. Sein nächster Schritt war der Überfall auf Polen. Also nicht persönlich, sondern der Schritt des Links in der Wikipedia. Danke, dass du das hinzugefügt hast. Danach kam er vom Überfall auf Polen auf das Unternehmen Tannenberg. Und wohin er dann weitergegangen ist, wo er angekommen ist, das wird er euch jetzt erklären. Ja, Chris, danke erstmal für deine Ausführungen zur Briefmarkenfälschung. Ich habe gerade schon angefangen, hier ein paar kleine Zettel so mit schönen Zacken auszuprickeln und überlege mal, was ich da jetzt drauf male und was für einen Wert ich drauf schreibe. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. Das ist die grüne Janne. Die Wunschstifte liegen bereit. Die grüne Janne von 2020. Ganz genau richtig. Ja, über den Überfall auf Polen und das Unternehmen Tannenberg bin ich zu meinem heutigen Link gekommen oder zu meinem heutigen Thema. Und da wir ja schon einige Themen aus der Geschichte hatten, war es klar, irgendwann kommen wir auch nochmal in Richtung des Zweiten Weltkrieges und so passiert es heute. Wir kommen nämlich zum Überfall auf den Sender Gleiwitz. Am 1.9.1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen. Und zwar begann er, weil Polens Verbündete, zum Beispiel Großbritannien, dem Deutschen Reich daraufhin aufgrund ihrer Bündnisse den Krieg erklärten. Darum wird auch ganz korrekterweise nicht vom Angriff auf Polen gesprochen, sondern vom Überfall auf Polen, weil ein Angriff innerhalb eines Kriegszustandes hätte bedeutet, dass eine Kriegserklärung vorangehen muss. Und darum ist es ein Überfall und kein Angriff. Richtig. Am 1.9.1939 trat der damalige Reichskanzler Adolf Hitler vor den Reichstag in Berlin und hat eine sehr, sehr lange Rede gehalten, in der er mitteilte, dass die Kampfhandlungen seit dem Morgen des 1.9. stattfanden und dass diese eine Reaktion auf polnische Aggression sei. Diese polnische Aggression war komplett gestellt, hauptsächlich oder ich glaube sogar ausschließlich durch die SS und diente eigentlich nur Propagandazwecken, um den Angriff auf Polen oder beziehungsweise den Überfall auf Polen vor der deutschen Öffentlichkeit zu legitimieren. Und ein Teil dieser gestellten Aggressionen war eben der benannte Überfall auf den Sender Gleiwitz in Oberschlesien. Es ist der September 1939, Hitler ist zwar fest an der Macht, aber es gilt für die Nazis weiterhin nach außen, gerade gegenüber der breiten Öffentlichkeit, es war sehr wichtig, zumindest eine gefühlte Legitimation zu haben, die man der breiten Masse präsentieren konnte. Der Putschversuch von 1923 war ja gescheitert und brachte die ganze, ich nenne es mal Nazi-Klicke, Nazi-Riege, also Hitler und seine Schergen sehr stark zum Umdenken. Und sie haben für sich daraus gelernt, okay, eine Machtergreifung muss legitim erfolgen oder muss zumindest den Anschein von Legitimität haben, damit wir das vor einem deutschen Volk durchbringen können. Es wurde 1933 mit den damals modernsten Mitteln der Wahlkampf betrieben und die NSDAP konnte die Wahl gewinnen und dann schon am 30. Januar 1933 wurde Hitler von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Schon im März 1933, auch nach außen augenscheinlich legitim, wurde Hitler der legitime Führer und die alleinige Legislative durch das Reichsermächtigungsgesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Das war auch die Legung des Grundsteins für die endgültige Abschaffung der Gewaltenteilung innerhalb des Dritten Reichs in Deutschland. Anfang März 1938 erfolgte der Anschluss Österreichs, dort noch ohne Waffengewalt, sondern hauptsächlich anhand von eigentlich Stärkedemonstrationen, auch sehr, sehr stark durch die Luftwaffe. Aber für den Angriff auf Polen, weil Polen die Türen mit Sicherheit wie Österreich nicht so öffnen würde, brauchte es einen Grund, der der Allgemeinheit als Begründung gezeigt werden könnte. Warum ist das arme deutsche Volk, ich hoffe man hört sehr stark die Ironie in meiner Stimme, hier eigentlich der Leidtragende. Der Überfall auf den Sender Gleiwitz gehörte zu mehreren von der SS-fingierten Aktionen unter dem Tarnnamen Unternehmen Tannenberg. Diese Vorfälle in Summe waren der propagandistische Vorwand für den Überfall. In einer Ansprache vor den Oberbefehlsharen der Wehrmacht sagte Hitler im Ende August ein paar Tage davor, die Auslösung des Konflikts wird durch eine geeignete Propaganda erfolgen, die Glaubwürdigkeit ist dabei gleichgültig im Sieglied das Recht. Was eigentlich schon alleine diese Aussage ist, ist absolut unfassbar, wenn man sich überlegt, was passiert ist. Schon am 10. August 1939 hatte der Chef des Sicherheitsdienstes, der SS, Reinhard Heydrich, dem Sturmbandführer Alfred Naujoks den Befehl gegeben, einen Anschlag auf die Radiostation bei Gleiwitz in der Nähe der polnischen Grenze zu planen und dann auch durchzuführen. Laut Naujoks hatte Heydrich gesagt, es muss einen tatsächlichen Beweis für polnische Übergriffe geben, denn das ist für die Auslandspresse und für die deutsche Propaganda und die deutsche Öffentlichkeit wichtig. Ab Mitte August war Naujoks in Gleiwitz und wartete dort auf seinen Einsatzbefehl und am Nachmittag des 31. August bekam er gegen 16 Uhr einen Anruf und bekam die Information, Großmutter gestorben. Das war das Codewort und dementsprechend war das der Einsatzbefehl für den Überfall auf den Sender. Gegen 20 Uhr dann ist Naujoks zusammen mit fünf oder sechs weiteren SS-Leuten in zivil und unter falscher Flagge, so ein bisschen polnische Freischärler darstellend, in das Sendegebäude eingedrungen. Es gab zwei Polizisten an der Pforte, die waren aber in die Aktion eingeweiht und haben sie dementsprechend einfach passieren lassen. Im Betriebsraum des Senders überwältigten die Männer dann vier dort arbeitende Leute, die sie gefesselt haben und dann im Keller eingesperrt haben. Man muss wissen, der Sender Gleiwitz hatte gar kein eigenes Programm, das er ausgestrahlt hat, sondern es war einfach das Programm des Reichssenders aus Breslau, das übernommen wurde und weiter verteilt wurde, um überall gut empfangbar zu sein. Daher mussten sie erstmal die Einspeisung des Programms unterbrechen und mussten sich Zugriff auf den Sender verschaffen über ein sogenanntes Gewittermikrofon. Und dann wurde in deutscher und polnischer Sprache eine Ansprache über den Sender rausgesendet mit den einleitenden Worten Achtung, Achtung, hier ist Gleiwitz, der Sender befindet sich in polnischer Hand. Die Stunde der Freiheit ist gekommen. Die ganze Sendung war knapp vier Minuten lang und endete mit dem Aufruf Hoch lebe Polen. Danach sind Nowyorks und die SS-Leute wieder verschwunden. Das, was sie zurückgelassen haben, oder was man dort später fand, war ein Toter. Und zwar den 41-jährigen Oberschlesier Franz Honjok. Seine Leiche war der Beweis für den angeblichen polnischen Überfall in die Senderanlage. Der bei der Gestapo als polenfreundlich bekannte Vertreter für Landmaschinen Honjok war am Vortag in einem Nachbardorf von Gleiwitz verhaftet worden. Man brauchte ja einen Täter. Honjok wurde aus der Haft im Polizeipräsidium zum Sender gebracht, nachdem ihm ein Arzt der SS eine betäubende Spritze verabreicht hatte. Er wurde bewusstlos am Sendegebäude abgelegt. Und ob er später an dieser Spritze gestorben ist oder von Nowyorks oder irgendeiner anderen Einheit der SS ermordet wurde, ist bis heute nicht bekannt. Also es war von vornherein klar, wir suchen uns einen, den wir dort zurücklassen, der, seien wir mal ehrlich, in der Situation in Nazi-Deutschland, wenn er nicht an dieser Betäubungsspritze gestorben wäre, dann hätte er den nächsten Tag so oder so nicht überlebt. Um 22.30 Uhr wurde schon das erste Mal im Reichsrundfunk über den Überfall berichtet. Und am nächsten Tag schrieb der völkische Beobachter, und alles, was ich jetzt so zitiere, was direkt aus der Zeit kommt, zeigt einfach mal die verbale Perfidität des Dritten Reiches, weil es einfach nur krank ist, was dort an Worten gefällt. Denn der völkische Beobachter schrieb, dass sich die polnische Meute dazu habe hinreißen lassen, die Reichsgrenze zu überschreiten, einen deutschen Sender zu überfallen und die Kriegsfackel an ein Pulverfass zu legen, dessen Existenz vor Geschichte die Polen selbst einmal zu verantworten haben würden. In der Rede im Reichstag erwähnte Hitler den Sender Gleiwitz nicht direkt. Aber diese Grenzzwischenfälle betreffend kam wahrscheinlich eine der leider Gottes berühmtesten Passagen aus dieser Rede zum Vorschein, nämlich diese Vorgänge haben sich nun heute Nacht abermals wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolden. Später, im Laufe des 1. Septembers, veröffentlichte das Auswärtige Amt eine Liste von amtlichen Meldungen über mehrere Dutzend schwere Grenzzwischenfälle mit Toten an der deutsch-polnischen Grenze, die seit dem 25. August 1939 schon stattgefunden haben sollen. Man liest zwar an vielen Stellen, oder es wird auch in vielen Dokus so genannt, die SS-Angehörigen hätten beim Überfall auf den Sender polnische Uniformen getragen. Das ist aber umstritten. Denn die SS hatte sich zwar vorher polnische Armeeuniformen besorgt, die kamen aber bei einer anderen Aktion direkt an der polnischen Grenze zum Einsatz, wo gegen 4 Uhr morgens ein Feuergefecht zwischen deutscher Grenzpolizei und polnischen Truppen vorgetäuscht wurde. Mit diesem Überfall auf den Sender Gleiwitz, mit der entsprechenden Reaktion auf eine gestellte Aggression, die es in Wirklichkeit nie gab, begann der Zweite Weltkrieg, der viele Jahre andauern sollte. Und der hoffentlich nicht vergessen wird, damit man weiterhin daraus lernt und es nicht wieder passiert. Da kann ich mich nur anschließen. Es ist zwar kein erhebendes Thema, aber das war mein Kurzbericht zum Überfall auf den Sender Gleiwitz. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Es ist ja auch wieder spannend, dass wir jetzt wieder so Themen haben, die wieder aneinanderhängen. Wir hatten ja vorher noch die Propagandamarken, die ja auch im Grunde sehr viel im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden sind. Das wird ja langsam irgendwie so ein bisschen, uh, so wenn ich so dran denke, als wir die Invalidenstraße hatten, haben wir die Stiftung Deutsches Technikmuseum gehabt, die um die Ecke war. Wir hatten die Steilwand zusammen mit der Indian Motorcycle Company. Wir hatten Ada Loveless und die Chaos Computer Club. Und dieses Mal kann ich euch schon als kleine Vorschau für nächsten Freitag sagen, grob bleiben wir jetzt auch an einem Thema, das wieder damit zu tun hat, was wir gerade in den letzten zwei Themen hatten. Aber es ist eine sehr amüsante Seite daran und ein sehr interessanter Skandal, der rückblickend wirklich mit amüsant deutlich zu beschreiben ist. Ja, Gott sei Dank. Hört nächsten Freitag wieder rein. Wird eine schöne Geschichte. Und jetzt bedanke ich mich nochmal bei Jan für seinen Vortrag und verabschiede mich schon mal hier aus der Hauptstelle im lauschigen Lotte. Ja, eigentlich würde ich das ja jetzt auch tun. Aber im Normalfall würden wir ja jetzt sagen, über welche Linksprünge du zu deinem nächsten Thema gekommen bist. Die Frage ist, verraten wir damit gegebenenfalls schon zu viel? Das tun wir auf jeden Fall und werden dieses Mal uns darüber ausschweigen. Ich bin auch dafür, dass wir das ... Meine Lippen sind geschlossen. Wartet drauf und freut euch. Es wird amüsant werden. Richtig. Und wenn euch in der Zwischenzeit langweilig wird, nutzt die Zeit. Schreibt uns Feedback. Schreibt uns eine Mail. Kommuniziert mit uns. Das ist immer schön, wenn wir von euch da draußen hören. Denn für euch da draußen machen wir das Ganze. Und jetzt kann ich nur noch sagen, passt auf auf eurem Heimweg, auf dem Weg zur Arbeit, wo auch immer ihr gerade hört. Bleibt schön neugierig. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.